Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Oha, ich hab ein Screen Act 2 jetzt da. ...über den Hügel nach Lut Golem. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner Hart... Okay, ja moin, jetzt haben wir da gelandert in der neuen Stadt. Wir brauchen da so ein paar Teile und dann kommen wir zum Grab. Eintreten. Okay. Wir haben jetzt einen Würfel, brauchen noch einen Schaft und eine Spitze. Wo die ferne Oase ist, weiß ich noch nicht. Wo die Tempel ist, weiß ich noch nicht. Aber wir gehen jetzt mal kurz alles sortieren. Also, warte jetzt mal zurück. So. Ich mach mal einen Rechtsklick. Was? Da kannst du was rein tun. Loll, ich logge den jetzt trotzdem ein. Das ist ja eine Christgegenstand, oder? Ja, wir brauchen aber noch einen Schaft und noch eine Spitze. Okay. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz in Horadrim. Oha, der erklärt es mir gerade. Den Legenden der Horadrim zufolge kann der Würfel und Horadrim-Stab zusammenführen. Was tut das? Um es zu bewerkstelligen, benutzt den Würfel wie eine Schriftrolle. Wenn sich der Würfel auftut, müsst ihr beide Teile des Stabes darin platzieren und die Verwandlungskraft des Würfels nutzen. Es wird euch freuen zu hören, dass der Würfel noch andere alchemistische Fähigkeiten besitzt. Legt fünf Edelsteine der selben Qualität hinein und ihr könnt sie in einen Edelstein der nicht höheren Qualität verwandeln. Sechs Edelsteine zusammen mit einem Schwert werden zu einem langen, gesockelten Schwert. Außerdem könnt ihr zwei Köcher voller Armbrustbolzen in einen Köcher voller Pfeile verwandeln. Während aus zwei Köchern voller Pfeile ein Köcher voller Bolzen wird. Ich muss es euch überlassen, weitere Formeln zu lösen. Da kann man euch Smegli eine brutzeln. Ja. Hä? Das ist doch in jedem so einem Spiel gleich. Wie? In so einem Spiel wie Diablo gibt es immer so Jams, die du halt in die Sockets rein haust. Das war ja in Torchland genau das gleiche. Aber du kannst nicht in den Würfel rein tun, damit du noch einen stärkeren Edelstein kriegst. Achso. Aber ich hab jetzt auch nicht fünf, sonst muss ich mir ein anderes Logo nehmen. Aber ist immer egal. Gehen wir mal jetzt. Es gibt keine Sorgen, die ein Krug Bier nicht heilen könnte. Ich bin doch sowas. Oder Einhandschaden. 10 bis 25. Also ich glaub das ist das Beste ist. Das muss besser sein. Aber das ist Reparatur halt nicht möglich. Da ist mir wurscht. Der ist so. Ohne Logo das einführen, aber das werden wir nicht haben. Na das Broke ist der. Der ist auch nur da, da ist das auch gut. Wieso kann ich meine Skins nicht so einstellen, dass sie nur bei den Anfangs-Billow ausrüsten sich? Die Spätere sind schon eh cool aus. Aber die Anfangsdinger schauen halt echt schlecht aus. Zum ULF-Outfit. Wo kann ich da zurücksetzen meine Fähigkeiten vielleicht? Oder ich muss da zurückreisen. Hallo. Da unten darf ich noch gar nicht hin. Guten Abend. Hm. Da vielleicht. Guten Abend. Oh ja, reiß einfach kurz nach Westen. Mhm. Reiß immer noch Westen. Lore. Willkommen. Wir sind dabei, das Kloster zu reinigen. Aber ihr könnt bleiben, so lange ihr wollt. Das kann man nur Armel machen? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Boah. Das ist schade. Aber ich kann da auch nicht auf meine Sachen zugreifen. Da unten ist ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist ja. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwas Neues an finden, die Oasi wahrscheinlich. Da werden wir wahrscheinlich zum Hügel laufen müssen und von da aus weiterlaufen. Mal schauen, so. Und wieder. Hast du einen Durchgang gehabt oder nicht? Ja, das war der Durchgang zurück. Achso, ich hab den jetzt auch gefunden da unten. Da drüben sind wir ja gekommen. Jetzt haben wir die Ferne Oasi. Schau, sehr gut. Hab's auf dem Borda gemacht. Da müssen wir jetzt da was anfinden. Wow. Oh, what the fuck. Hive. Todeskäfer. Schaut's aus, ja. Oida. Hielt das schneller? Zack. Eins, zwei, zack, eins. Ich weiß nicht, ob das eh eh 1-2 Sekunden gilt. Oder ist das besser? Kannst du Speer benutzen? Kannst du es ein? Ja, Speer, ja. Oh, oh, oh. Oh, was kriegst du die ganze Sache? Ja. Yo, 6 bis 23 ist ziemlich viel zu. Ja, aber ich hab ja schon ein Ding, was 10 bis 25 gemacht hat. Das ist halt viel schlechter. Es wird schlechter, wenn du dich fragst. Ja, er haut das Ohr ins Ohr. Jetzt schon wieder fuhr, gell? Ah, Energie. Stärke. Es war schlechter. Gibt es das besser? Ja. Noch mehr Hives. Oh mein Gott. Ah, die kann man schlagen, die Stichlinge. Ah. Kann mal zusammen klopfen. Den müssen dir super ausschauen, wenn du das G druckst, oder? Ja. Ja. Ja, mein Gott. Oh ja. Ja, mein Gott. Da geht oben. Okay. Schauen gar nicht so schrecklich aus. Und auch nur schwarze Peaks. Oh. Geht's over, Lor? Oh yeah. Oh yeah. Oh, da ist Party hart. Oh. Der Blitz ist wirklich gut. Oh, was das so hält. Sandwurm. Und dann noch Sandwurm. Yo. Oh. Dann kommt immer mehr. Die Chrom sehen einfach aus da. Und mehr werden desto weniger. Ey, mein Heal ist einfach besser als das, was die mit Damage machen da. Außer der dicke, violette da. Also die Boss-Manser machen immer Sauber-Damage. Da musst du echt aufpassen. Mach mal den Nebenpicker hin. Ja. Der da höher. Hast du nie gemacht? Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ja. Wir sind für den Weg. Ich bin überladen. Da muss ich nicht mehr tun. aber es ist jetzt doch vor schild 24 steht einmal benötigt die stärke ist 75 kannst du mal ausrüsten geht eins ist besser glaube was du kriegt hast weil ich glaube da kann man vielleicht noch eine sockel aufgetun mal schauen den ganzen spiel noch einen sockel oder so verwendet kann jetzt ein das ist der sinn von dem spiel es sollte einfach fienster waren und der questlog sagt jetzt einfach befragt drogan zu der seltsamen dunkelheit soll es jetzt machen gleich ja mache ich gleich drogan ich habe diese lange sonnenfinsternis erforscht und halte sie für das werk von klauen wiepern findet ihren tempel unter dem wüstensand und ihr findet möglicherweise die quelle dieses flugs also diese vögel haben da irgendwas mit der sonnenfinsternis zu tun ich habe halt auch 7000 quest am laufen 3 mal genau das genau das ist im tempel der klauen weil wir weibern wo auch immer das ist ich glaube er hat so klauen wie bern die vergessene stadt aha aber bei der oase waren wir nicht aber wir können ja gerne da einmal gehen ich weiß nicht steht nicht wo der tempel ist aber eigentlich ist das ja ein quest weiter eigentlich müssten wir jetzt zurück zur oase da der quest 3 aber dann ist es halt immer finster das ist ja gut oder noch ich mach trotzdem wir uns jetzt neblich hin ich kann nicht noch mehr tragen ja moin was ist da los feuerturm das auf eine party kann man denn den kommentenboot machen wir das dauert ziemlich lang das dauert wirklich lang ich bin jetzt schon 10 mal vorbeigelaufen bis ich ihn gemacht hab hm 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 ich bin echt sehr glücklich konkret als ist ich bin eher kurz wieder Jockster Bärmehil ist broken. Aber das ist halt auch broken. Der ist da. Ich stehe an dem Video schon sehr viel schneller. Boah, es ist mir nicht so vorkommen, aber jetzt kommt es mir wieder so vor. Im Vergleich. Ich kann nicht noch mehr tragen. Und bei welcher von uns? Bei wer seid ihr schon bei Crest von Arctis 2? Ich bin eigentlich erst der einzige abgeschlossen. Okay. Aber wir haben noch drei am Laufen. Okay. Lauf. Okay. 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 Aber ich glaube wir müssen zum Quest treffen Wir haben überall ein Quest Aber wo sind wir da oben gehen? Wir haben da halt auch ein Quest Das ist eine Fahrtür Zu den alten Tunnels Aha Müssen wir zu den alten Tunnels? Hat sie gesagt sogar glaube ich Nein Na Ich glaube den Tunnel brauchen wir nicht Ich kann nicht noch mehr tragen Also Ich hoffe ich werde den Gifts stammt. Aber wir könnten uns auch einen Söldner kaufen, der was im Buff hat. Ich kann nicht noch mehr tragen. Du brauchst halt aber nur die Hälfte Heal dann. Das reicht halt nicht, da brauchen wir zwei Adi was zum Buff haben. Wenn sie da überhaupt stacken lassen, ist die nächste Frage. Was ist, wenn du vier Baladine spielst? Oder acht Baladine. Warte, der skift fortschneiden bei denen. Das geht sich trotzdem irgendwie aus. Schauen wir mal, wohin wir sind. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Abla 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.